ja hallo herzlich willkommen zur nächsten folge von the hunter call of the wild wir sind immer noch hier bei den maisfeldern unterwegs und haben in der letzten folge ordentlich tiere geschossen jetzt ist mittlerweile nacht geworden ich suche mal gerade den mond aber sieht man jetzt noch nicht abend dämmerung 19 uhr 17 ja und wir gucken jetzt mal ob ich irgendwo dammhirsch irgendwie höre oder er spiel man hört hier schon wieder den sound nicht mal das andere gerät hier noch mal das ist manchmal noch ein bisschen wird man jetzt nicht doch jetzt hat man ein kleines bisschen wieder ok jetzt einfach mal richtung westen weil hier haben wir noch ein bisschen jagd druck hier müssen erst mal rauskommen wieder stören dann bekommen auf jeden fall mal anmachen hier auch die spuren sehen und sieht man die spuren hier leider nicht immer glaube ich auf aufwärts erst mal aufrecht dann gucken wir mal hier ist eine fressstelle jetzt wird es richtig dunkel ja lockpfeifen haben wir jetzt erstmal für kojote fuchs dammhirsch re und für die normalen hörscher also für die schwarz und weiß wedel hörscher hier haben wir noch eine spur da kommen wir gleich mal wenn wir irgendwo ein warning call kriegen dann gehen sofort in schleichstellung jetzt kommen wir langsam aus dem jagd druck gebiete raus doch die spur schon mal richtig das aber ein reh wieder dann wollen wir jetzt eigentlich nicht aber dann noch ein weibliches aber wir können es ja mal ja in den nächsten folgen will ich auch mal so ein bisschen dass ich vorher noch ein bisschen üben gehe mit dem bogen ein bisschen mich versuchen habe ich auf jeden fall mal lust drauf dem bogen mal ein bisschen auszuprobieren das war glaube ich das re immer runter damit zwar keine anzeige gekriegt aber das wird denke ich mal das re irgendwo sein da vorne hier haben wir noch eine kotspur jetzt sind wir auch schon aus dem jagd druck gebiet wieder raus ja noch ein guter tipp ist auch wenn ihr jetzt das tier schießt und ich schieß es nur an sage ich mal ein fleischwunde oder ganz minimaler treffer nur und auf einmal rennt ihr dem tier hinterher quasi oder ihr verfolgt die spur und dann ist halt im pda zu sehen oder auf der map halt auch lila kreis das ist quasi der jagd druck kreis dann wisst ihr dass das tier tot ist dann könnt ihr quasi einfach hinterher sprinten weil die leiche auf jeden fall irgendwo in der mitte dieses reises liegt da ist auch schon das re gucken wir mal für den jetzt hier erwischen das ist natürlich blöd jetzt drehte ob will ich jetzt nicht schießen offenbar dreht noch mal ich glaube ich noch mal an vielleicht dreht er sich noch mal um da dreht er sich wieder sehr schön so jetzt seht ihr zum beispiel auf dem pda ist jetzt jagd druck gebiet entstanden weil die leiche da jetzt liegt und wenn ihr jetzt die leiche wenn ihr jetzt ewig hinterher lauft und es hat wirklich nur eine kleine wunde dann könnt ihr auf jeden fall wenn sobald dieser lila kreis erscheint wisst ihr dass das tier tot ist und irgendwo liegt na ja danke nochmal für den tipp hatte ich heute bekommen auf jeden fall sehr cooler tipp danke nochmal an den follower und der oder den abonnenten ja wo haben wir ihn denn getroffen ins herz ja sehr schön so wir wollen immer noch ein dammhirsch jetzt natürlich die frage hier vorne haben wir noch eine spur ach das ist ein ist ein anderes re okay jetzt muss ich natürlich erstmal wieder aus dem gebiet raus und kurz auf der karte gucken ja wir gehen auf jeden fall richtung süden sonst gehen wir mal aufrecht ja hier sind hier auf jeden fall sehr sehr viele habt ihr auch schnell letzten folge gesehen dann gehen wir mal vorne zu dem fragezeichen und dann gucken mal ob wir vielleicht noch eine dammhirschspur finden es hat auch die frage man könnte jetzt mal kurz gucken gehen wir mal rodex fauna dammhirsch morgend und abend dämmerung eigentlich gut eigentlich ist es gut morgend und abend dämmerung jetzt eigentlich so genau die zeit ach so das ist ein hochstand ja gut den könnte man jetzt aufstellen und dann könnte man sich da mal so ein bisschen auf lauer stellung legen ich gucke mal ob man den überhaupt jetzt schon aufstellen kann hier aber auf jeden fall mal machen denke ich 1700 wir haben wir jetzt gut wir wollen es den bogen ja noch kaufen aber ich baue den mal auf aber schon gehört dass ihr nicht zu zweit in solchen hochständen drin sein könnt weil ihr euch sonst schaden zufügt das ist auch noch so ein kleiner bug so um uns mal holen wir mal die geweihrasse raus dann gucken wir mal durchs fernglas die sich aus hier seid ihr auf jeden fall komplett lockt ne seid ihr nicht hier drin also auch langsam bewegen hier war sehr schön aus ich mache auch gleich noch mal ein bild ja ich glaube wir gehen hier mal lieber wieder raus ich meine normalerweise dauert das immer ein bisschen bis sie kommen aber wenn die rasse jetzt wirklich nicht funktionieren sollte bringt uns das natürlich nichts jetzt hier drinnen bleiben erstmal aus aber schon mal für später haben wir schon mal hier ein hochstand wir müssen richtung die krästen ja und das verdammt muss soll ja wirklich in diesem gebiet erlegt werden deswegen mal auf dem mond schon zu sehen um monte schon zu sehen das sieht sehr cool aus machen wenn er auch mal hier in den wäldern gucken in angrenzenden wäldern da halten sich ja auch mal gerne auf ach so wir müssen das licht wieder machen und sehen wir die spuren leider nicht da vorne spuren oder ja einige hatten auch gefragt wegen den konsol wegen der konsolen version aber da haben wir noch keine news wie das aussieht ob es überhaupt eine konsol version geben wird weil ich kann es auf jeden fall gut vorstellen weil es sich sehr gut mit kontrolle steuern lässt und denke ich mal auch für die konsole ist der markt auf jeden fall auch da also das spiel hat auf jeden fall das potenzial auf auf jeden fall schönes gebiet ja auch mal wie sie sind jetzt hier nicht im gebiet raus und glaube ich schon an der grenze müssen wir jetzt mal wieder ein bisschen nach süden gehen cool wäre wenn wir da ein futterplatz hätten ein hirschen das ist jetzt aber nicht angezeigt welchem tier das jetzt ist dann gehen wir hier mal so ein bisschen am bald gebiet lang am waldrand das sieht echt cool aus wie der nebel das feld über zieht und der wunderschön ja immer mal wieder die rassel rausnehmen auch schon machen rot fuchs nimm ihn doch was macht er denn da boah sag mal er ist hier kaputt ich check dir ihn gar nicht mehr ein man hört das jetzt auch gerade nicht den caller wenn man da wird hier bestimmt auf dem feld irgendwo rumlaufen direkt vor uns irgendwo hier sind echt mega laut die rot füchse weg von immer gleich so weg nütz jetzt sollten wir ihn eigentlich sehen aber den tue ich jetzt nicht zwischen den mais irgendwo hier vor uns der ist bestimmt mittendrin im feld da habe ich was gesehen na und da war klar mit der pfeife jetzt kriegt die waffe nicht gezogen hier da ist er was nicht getroffen lol haben wir daneben geschossen erst mal licht anmachen wirklich nur einen kleinen blutkreis lol fleischwunde na geil und wenn wir ihn jetzt hinterherlaufen beziehungsweise müssen wir ja nicht so schnell laufen aber gehen jetzt mal hinterher jetzt haben wir gesehen habt ihr gerade gesehen jetzt ist dieser der jagddruck die jagddruckintensität aufgetaucht das heißt er liegt jetzt hier irgendwo also weit ist er nicht gekommen jetzt können wir auch hinterherlaufen da unten liegt er glaube ich irgendwo da liegt er doch schon gucken wir mal wo wir ihn getroffen haben 1099 weiblich muskeltreffer aber hat gereicht so wir sind jetzt glaube ich fast aus dem gebiet wieder raus müssen wir jetzt Richtung Nordosten gehen ja und dann hoffe ich mal dass wir die Quest jetzt irgendwie machen können hier bei Nacht ist das ja immer so eine Sache jetzt einfach mal am Rand irgendwie lang da haben wir eine Spur drückt uns die Daumen dass das jetzt eine Dammhöhe Spur ist und hoffentlich ist er noch im Gebiet denn ach ein Rotfuchs oh oh was ist das hier ne hat sich doch was geht Richtung Süden glaube ich außerhalb des Gebiets da ist außerhalb des Gebiets auf jeden Fall müssten den quasi hier in das Gebiet reinlocken jetzt glaube ich wieder der Rotfuchs brauchen wir jetzt nicht nochmal am Rand nur noch mal und ah vielleicht auch noch mal zu einer anderen tageszeit probieren also bei nacht scheint jetzt nicht wirklich aktiv zu sein aber noch ein fragezeichen ich glaube wieder ein hochstand wenn mich das nicht täuscht und sie darum dass das jetzt ist dass der könnte in die richtung geht ich glaube jetzt einmal um das gebiet rum die punkte würde ich auch euch auch immer empfehlen immer mitzunehmen erfahrung kann man gut gebrauchen wir können jetzt auch noch mal gucken ich würde sagen ich schneide uns mal ran und wir hier noch ewig unterwegs und schließlich die quest zu ende bringen denn bis gleich ja gut brauchte ich jetzt auch nicht mehr ran schneiden wir haben jetzt gerade eine spur vom dammhirsch entdeckt und hoffen mal ja dass wir jetzt hier irgendwie jetzt mal der spur hinterher auf jeden fall männchen ist auch super wenn ein bisschen der ist auch ganz gut der geht hier in die richtung sobald wir einen call kriegen gehen wir sofort in deckung vielleicht sehen wir ihn auch gleich und dann haben wir die spur da geht auf jeden fall aus maisfeld ich muss schon mal die raschel gleich raus und da ist er glaube ich ja das ist ein warnruf jetzt müssen wir ganz langsam gehen und da ist er doch die frage wird er jetzt von unserem licht mal kurz durchs filmglas gucken da ist er da ist er da ist er dann gucken wir mal ob wir den schon anvisieren können wo ist er jetzt wo ist er jetzt wo ist er jetzt wo ist er jetzt hier gehen jetzt schon nicht mehr hier da müssen wir mal hinterher duckt auf jeden fall rumpf schrei jetzt können wir ihn rankollen auf jeden fall ganz langsam auf ihn zu gucken mal ob er jetzt reagiert ob der call wirklich nicht funktioniert da geht hier rechts irgendwo kurz das licht aus gehen jetzt gerade nicht ohne fernglas ist da oben kurz fernglas rausholen da muss er jetzt hinterher das hilft nichts und jetzt gesehen mit dem pernglas habe ich jetzt auch der ist aber ewig ein warnruf gehen noch nicht mal wenn wir dann hier ein warnruf mich mal hinstellen da ist er da kommen gehen noch einen schritt schieß jetzt ich hoffe wir haben ihn erwischt nicht haben wir glaube ich gar nichts problem ich glaube da liegt er doch oder der lebt noch oder er lebt noch er lebt immer noch was ist denn mit ihm jetzt liegt er oh gott ja also diese bugs die sollten sie auf jeden fall so schnell wie möglich beheben weil ich so ein bisschen so ein bisschen so ein bisschen nicht weit gerecht dass man so ja jäger der hirsch am sie neue mission erfüllt 2500 geld super ja super jetzt kommt das jetzt kommt das jetzt kommt das mit dem bogen oha haben wir jetzt neue quests bekommen gucken wir uns mal kurz an missionsgebiet ok hier sollen wir auf jeden fall mit compound bogen fuchs erlegen und dann sollen wir hier noch gehen in den südosten von pietersheim und schießt ein foto von einem dammhisch mit den königsbergsee im hintergrund ok ja haben wir auf jeden fall wieder ein paar neue quests bereit gut dann würde ich sagen an der stelle zwar nicht mit dem schönen abschuss aber naja auf jeden fall die quest erledigt und dann geht es weiter ins nächste gebiet ich guck mal gerade wo wir da hin müssen achso spreeberg ja ja dann auf nach spreeberg glaubt der see war das hier ne achso nach spreeberg ach das ist das mit dem fuchs ja stimmt ne das ist das mit dem fuchs alles da dann erstmal bis zur nächsten folge euren rot tschüss 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 tschüss